Hallo Freunde des fröhlichen E-By-Bounce. Heute geht es um diesen Bausatz und ich werde euch jetzt in einige Minuten zeigen, wie man so einen Bausatz in ein Fahrrad einbaut. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, hier ist deine erste Batterie. Können wir gleich erstmal den ersten Test machen. So, hier ist deine erste Batterie. Bis zum nächsten Mal. So, hier ist deine Drogen. 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 Vielen Dank.